Hallo mein Name ist Arno Strobl und ich freue mich sehr darauf am 1. Oktober 2021 wieder in Klausen zu Gast sein zu dürfen wo ich in diesem Jahr schon mal war und ja ich schreibe im Moment gerade hier an den Thriller den ich dort dann vorstellen werde und ich freue mich drauf ich freue mich riesig darauf euch dort zu sehen bis dann ciao mein Name ist Arno so ein Klausel